hallo freunde der elektronischen musik herzlich willkommen hier in den science studios mein name ist ausilio und heute geht es um das thema musiktheorie die musiktheorie ist ein unheimlich großes lernfeld somit ist es auch schwierig für angehende musikproduzenten da richtig fuß zu fassen oftmals informiert man sich falsch oder es erscheint einem einfach nach einem großen berg voller arbeit voller theoretisches wissen was man so nicht wirklich aufsaugen kann und in seiner eigenen produktion verwenden kann dabei lohnt es sich so sehr sich damit zu befassen erstens kann man seine ideen viel besser umsetzen und zweitens hat man dadurch einen deutlich schnelleren workflow mit diesem video möchte ich euch zeigen dass dieses thema überhaupt kein hexenwerk ist wir gehen schritt für schritt die elementarsten punkte durch und mit hilfe von ableton kann ich euch zeigen wie ihr diese tipps besser in euren produktionen umsetzen könnt kommen wir zu punkt 1 und zwar töne töne sind letztendlich nichts anderes als schwingungen sind die schwingungen schneller ist der ton höher und sind die schwingungen langsamer ist der ton tiefer ich zeige euch anhand des operators ein beispiel und zeige euch was ich damit meine um schwingungen besser zu verstehen ist es wichtig sie visuell vor sich zu haben deswegen habe ich jetzt einfach mal den operator raus geholt einmal hier schon vorbereitet zwei spuren jeweils mit dem operator gar nichts spektakuläres eingestellt ich habe die einfachste wellenform genommen und zwar den sinus ton zusätzlich habe ich noch zwei töne hier schauen wir mal rein ganz simpel das a lang gezogen und in der zweiten spur habe ich das b einfach einen halbton nach oben und das als audio erst mal betrachten zu können ist es wichtig die spuren einzufrieren wenn wir hier mal genauer hinschauen der ton a die schwingungen die gehen ganz normal durch bei ton b ebenso und irgendwann werdet ihr kennen dass sich das hier so ein bisschen verzahnt hier beispielsweise geht die schwingungen nach oben hier nach unten und das geht immer krasser bis irgendwann die schwingungen hier wieder gleich werden wir können das ganze aber noch anders kontrollieren klar mit einem tuner geht das beispielsweise ich würde aber trotzdem ticken genauer reinschauen deswegen ziehe ich mal bei beiden spuren das spektrum rein wir gehen jetzt erst mal mit der maus zum höchsten ausschlag und haben hier das a das ist bei circa 220 hertz und das b hier circa bei 230 233 wenn wir jetzt dieses a hier beispielsweise mal eine oktave höher machen und verschiebe das um zwölf halbtöne dann bekommen wir eine oktave wenn wir da noch mal auf dem spektrum gehen dann sind wir ungefähr bei 440 hertz das heißt wenn wir den selben ton eine oktave höher machen dann verdoppelt sich die herz anzahl in der europäischen beziehungsweise in der westlichen popularmusik gibt es nur zwölf töne und das gute ist jeder ton hat seinen eigenen namen hier habe ich jetzt erst mal zwölf töne notiert dafür habe ich einfach ein klavier plugin hergenommen ja zwölf töne und mehr töne gibt es tatsächlich nicht ja es gibt ausnahmen in der orientalischen musik oder im östlichen bereich in asien da gibt es gewisse sachen so vierteltöne aber das würde den rahmen hier komplett sprengen und ich habe sowas sehr 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 selten in der elektronischen musik gehört die zwölf töne hier haben natürlich einen namen wir haben hier einmal das c dann c kreuz d d kreuz e f f kreuz g g kreuz a a kreuz h und dann wiederholt sich das ganze spiel wieder also es sind wirklich nur die zwölf töne wir haben hier das c und das hier ist auch das c nur eine oktave höher also der gleiche ton nur höher oder tiefer aber es ist trotzdem der gleiche ton eigentlich voll crazy wenn wir die beide zusammen spielen das hört sich sehr rein an das passt richtig gut zusammen letztendlich sind es tatsächlich nur diese zwölf töne für viele sind die es ist das immer sehr schwierig mit den schwarzen tasten umzugehen dabei sind das halt einfach töne wie die weißen tasten eben auch werden halt ein bisschen anders benannt wenn ein kreuz dahinter ist fügen wir zu dem c noch ein is ran das nennt sich dann cis beispielsweise hier dann haben wir d und der halbton höher von d ist dann das dis das gleiche gibt es halt auch andersrum also wenn wir quasi nicht einen halbton höher gehen sondern einen halbton tiefer dann würden wir von d nach unten gehen dann fügt man die silbe es hinzu und dann würde es des heißen wichtig zu erwähnen sind natürlich auch die intervalle mit diesen können wir richtige akkorde und melodien bauen letztendlich sind melodien und akkorde nichts anderes als eine aneinanderreihung von intervallen ich habe hier schon mal einige vorbereitet die haben natürlich alle auch einen namen wir haben hier einmal die prime prime bedeutet ein prinzip dass ein ton gleich klingt also eher erst mal noch nicht so spektakulär weiter geht es mit der kleinen sekunde wir haben einmal von c ausgehend den ton und dann kommt der nächste halbton die töne liegen sehr sehr eng beieinander und somit entsteht da auch wirklich dieser dissonante klang wird sehr sehr gern hergenommen um einfach viel spannung zu erzeugen dann haben wir die große sekunde der abstand von der großen sekunde ist nicht so eng wie bei der kleinen sekunde aber trotzdem noch so eng dass ein dissonanter klang vorhanden ist dann haben wir noch die kleine terz und hier fängt es schon mal an wohl klingen zu sein dann haben wir die große terz lasst uns noch mal den vergleich genauer hören kleine terz ich finde da kann man schon raushören dass die kleine terz einen eher melancholischen klang hat und die große terz einen eher freudigen klang weiter geht es mit der reinen quarte für die zuschauer hier die jetzt in einer großstadt wohnen die hören dieses intervall tagtäglich achtet mal drauf wenn das nächste mal ein krankenwagen an euch vorbeifährt dann hört ihr die reine quarte weiter geht es mit der übermäßigen fahrt die übermäßige quarte ist sehr sehr dissonant diesen klang charakter hört man besonders oft in der jazzmusik fun fact falls ihr gerne simpsons schaut hört euch mal die titelmelodie an die ersten zwei töne beginn mit diesem intervall übermäßige quarte dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten intervall und zwar die quinte wenn wir uns die quinte noch mal genauer anschauen jetzt mal über halbtöne gerechnet vom c ausgehend ein halbton 234567 klingt eben sehr neutral und auch ein bisschen charakterlos wenn ich das mal ganz vorsichtig so sagen darf dann haben wir noch die kleine sexte die große sexte beide intervalle sind wohlklingend und auch für harmonische strukturen sehr sehr wichtig dann wird es wieder ein bisschen dissonanter wir haben einmal die kleine septime und die große septime haben wir einmal rein und dann geht es weiter zur oktave wir können da auch wirklich einen kleinen musikalischen zusammenhang feststellen wenn wir mal diese intervalle hier der reihe nach spielen lassen naja man könnte hier sagen okay die kleines septime hat hier die spannung die wird dann durch die große septime erweitert und dann wird die spannung erlöst durch die oktave die oktave ist eben derselbe ton nur eine oktave höher oder eben tiefer weiter geht es mit tonarten und skalen jedes musikstück hat seine eigene tonart und meistens besteht diese sogar nur aus sieben tönen jede tonart besitzt auch sein eigenes tongeschlecht dur und moll hier zeige ich euch einmal die c dur skala ich habe hier die einzelnen midi noten deaktiviert diese noten haben einfach nochmal damit was zu tun dass wir die tonleiter einmal von unten nach oben hören und von oben nach unten das ist sehr sehr wichtig dass wir als musikproduzenten wissen wie eine durchs oder eine moll skala aufgebaut wird wenn wir das erstmal wissen dann können wir von jeder tonart aus eine skala aufbauen und zwar von c dur ausgehend haben wir natürlich erstmal den grundton des c weiter geht's mit dem d dieser sprung hat ja einen namen das heißt von c zum d ist ein ganz zum schritt wäre der weg vom c zum c kreuz dann hätten wir einen halbton schritt aber bleiben wir erst mal beim ganzen schritt wir haben c d ganz tun vom d zum e wieder ein ganz ton von e zum f ein halbton das ist entscheidend das heißt wir wissen schon mal in einer durch skala sind die ersten zwei töne ein ganz ton und vom dritten zum vierten ton haben wir einen halbton schritt weiter geht's vom f zum g haben wir wieder ein ganz ton vom g zum a wieder ein ganz ton von a zum h wieder ein ganz ton und dann zum schluss eben der leitton von h zum c ist wieder ein halbton und haben somit wieder das c erreicht was wir eine oktave tiefer hatten diese schritte müssen wir uns merken damit wir beispielsweise auch eine andere tonart richtig benennen können und richtig aufbauen können nehmen wir mal jetzt eine tonart die nicht vom c ausgehend ist und zwar sagen wir mal f kreuz dur beziehungsweise fis dur somit fangen wir jetzt einmal beim fis an vorhin habe ich gesagt okay vom ersten ton zum zweiten ton haben wir einen ganzen schritt deswegen kein halbton sondern ein ganz ton setze ich ihn hier in dem fall kommt das g kreuz raus vom zweiten ton zum dritten ton haben wir wieder ein ganz und schritt ok ab den dritten ton haben wir jetzt gelernt kommt der halbton schritt deswegen nur ein ton höher weiter geht es dann wieder mit einem ganz und schritt vom fünften ton zum sechsten ton haben wir wieder ein ganz und schritt und vom sechsten ton zum siebten ton haben wir wieder ein ganz und schritt und vom siebten ton zum achten und kommt wieder unser halbton schritt der diese tonleiter beziehungsweise diese skala beendet dann haben wir noch die moll skala die ist natürlich ein bisschen anders aufgebaut wie die durch skala schon mal vorweg gesagt die halbton kommen vom zweiten zum dritten ton und zum fünften zum sechsten ton gehen wir das noch einmal durch von c zum d haben wir ein ganz ton vom d zum d kreuz ein halbton das bedeutet der halbton kommt schon mal deutlich früher dann haben wir einmal vom d kreuz zum f ein ganz ton vom f zum g wieder ein ganz ton und dann kommt hier auch schon wieder der halbton früher vom g zum g kreuz von g kreuz zu a kreuz kommt dann wieder ein ganz ton und von a kreuz zu c wieder ein ganz ton ein trick für die leute für die das vielleicht für den anfang noch ein bisschen schwierig ist sich das so zu merken es gibt einen trick der funktioniert wirklich sehr sehr gut und zwar kann man sich das ein bisschen vorbereiten wenn wir wissen okay wir haben jetzt eine produktion vor uns und die soll in der tonart d kreuz oder dis dur sein dann können wir das so machen dass wir erstmal die tonart in c dur hinmalen das heißt wir malen uns erstmal die weißen tasten hin und die schieben wir einfach hoch zum d kreuz und schon haben wir die töne direkt da die wir brauchen und das gleiche gilt eben auch bei moll kommen wir nun zu den akkorden akkorde sind letztendlich nichts anderes wie töne die gleichzeitig auf einmal gespielt werden außerdem sind die unheimlich wichtig denn die setzen auch die emotionen in unserer produktion ein akkord zu bilden ist kein hexenwerk vor allem nicht wenn wir uns schon mal eine tonleiter davor setzen in dem fall wieder c dur ich habe hier jetzt das c und nehme immer den übernächsten ton um daraus dann einen dreiklang schrägstrich akkord zu bilden also c haben wir hier schon da dann nehme ich den übernächsten ton das e und von e aus wieder den übernächsten und dann das g schon haben wir den ersten akkord von c dur und das gleiche machen wir auch mit den anderen tönen von d aus nehmen wir den übernächsten das f von f aus den übernächsten das a und schon haben wir den zweiten akkord mal in zusammenhang das gleiche machen wir auch beim e das gleiche mit f ab dem g wird es jetzt ja nicht schwierig aber wir sehen dann wiederholt sich das spiel wieder das heißt wir nehmen dann das d oder wir zeichnen uns vorübergehend einfach nochmal hier die töne ein damit wir hier nicht durcheinander kommen letztendlich sind das die akkorde die in einer durtonart vorkommen das gleiche gilt auch für moll alle diese akkorde die ihr hier hört werden häufig benutzt bis auf einen das ist hier der letzte der klingt im verhältnis zu den anderen doch sehr schräg kommt in der popularmusik wirklich sehr 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 wenig vor was ihr auf jeden fall hier schon mal machen könnt ist beispielsweise euch von diesen akkorden mal nur zwei drei auspicken und versuchen daraus eine harmonische struktur zu erstellen ich habe jetzt hier einfach mal den ersten akkord genommen also c dur von c dur aus den vierten akkord f dur und von c dur aus genommen den zweiten akkord also dmol df a je nachdem in welcher kombination ihr die akkorde hernimmt können coole akkordfolgen entstehen ich habe jetzt mal eine erstellt die klingt jetzt ein bisschen ja ein bisschen fröhlich weil wir sind ja ein duo in techno sind ja meistens auch in moll auch so melodic techno nummern aber nichtsdestotrotz einfach um euch zu zeigen dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist natürlich ist es auch essentiell zu wissen in welchem tongeschlecht unser akkord ist und zwar gibt es dur wir empfinden das meistens als fröhlich und dann haben wir noch moll das empfinden wir meistens als traurig wie erstelle ich einen dur dreiklang oder einen moll dreiklang wir brauchen erstmal einen grundton angenommen euer track ist in g dann können wir uns unterscheiden soll er in moll oder dur sein für den anfang gehen wir jetzt erstmal auf dur vom g aus brauchen wir eine große terz oben drüber wir haben vorhin bei den intervallen gesehen okay eine große terz sind circa 1 2 3 4 halbtöne und die nehmen wir hier mit dazu und damit es auch wirklich in drei klang wird brauchen wir noch einen dritten ton und dazu nehmen wir die quinte vom grundton ausgehend sieben halbtöne nach oben bei moll ist es eigentlich fast dasselbe wir haben wieder ein grundton und jetzt das unterscheidet dur von moll deutlich brauchen wir die kleine terz es ist wirklich nur ein ton der diese charakteristik vollbringt erst die terz entscheidet welche emotionen der akkord hat beispielsweise eben dur eher einen fröhlichen charakter und moll hat einen eher melancholischen charakter man kann akkorde obwohl sie das gleiche ton material haben unterschiedlich färben zeige euch mal hier ein beispiel und zwar sind wir hier bei c dur ich male euch hier nochmal den akkord hin das ist unser ausgangs akkord und hier haben wir drei akkorde alle drei akkorde sind c dur der unterschied dieser akkorde ist nur dass die stellung anders ist der eines klingt höher der andere tiefer der andere noch tiefer wichtig ist es dabei rauszuhören dass das trotzdem derselbe akkord ist und in der allgemeinen musiklehre sprechen wir da von unterschiedlichen stellungen das kann vor allem in der elektronischen musik ein entscheidendes thema sein die art und weise wie ihr den akkord setzt denn ich kann ja nicht nur die stellungen zu ändern sondern ich kann ja den akkord extrem färben nehmen man den grund akkord und zwei bis drei akkorde unsere ausgewählten ton hat dann ist das meist schon die grundlage zumindest harmonisch betrachtet für einen ganzen song hier habe ich noch mal ein klein kleines projekt mir kurz aufgebaut ja man könnte sagen ein kleines step by step guide die kick ist auf a getunt der bass hat die töne von a moll und zwar einmal das a das a eine oktave höher und dann das e also die könnte von a ausgehend der bass bleibt so damit das so ein bisschen tanzbarer progressiver ist aber ich möchte harmonien noch hinzufügen hier habe ich einmal so angefangen dass ich die töne von a moll aufgeschrieben habe a b c d e f g a dazu habe ich mir die akkorde notiert ausgangspunkt war natürlich die a moll skala und dazu wie ich es vorhin beschrieben habe immer den übernächsten ton des nächsten akkordes hinzugefügt also a und dann a c haben wir schon mal den ersten drei klang den zweiten und so weiter dann habe ich mich anschließend aus diesen akkorden habe ich mich für vier entschieden und zwar ist das hier einmal das natürlich a moll muss ja drin sein damit wir auch wissen okay wir sind in a moll dazu noch den dritten akkord von a moll und zwar das c dur e moll und f dur gut damit arbeite ich das kann ich deaktivieren und fange an mir schon mal so grundständig den akkord aufzubauen dazu deaktiviere ich erst mal den restlichen clip und hör mir erst mal das erste an gut ich glaube der loop könnte etwas länger sein deswegen dupliziere ich den loop erst mal jetzt will ich nach gefühl mal einfach eins der akkorde aus ich nehme vielleicht mal den hier und setze ihn mal hier mal schauen wie sich ich habe gerade ja so ein bisschen was im kopf was ich jetzt umsetzen möchte und dazu brauche ich den hier und den hier brauche ich auf jeden fall auch okay dann haben wir quasi eine hälfte die diesen spielt erstmal diese drei akkorde und ich habe hier noch einen akkord der dazu noch ganz gut passen würde der e moll war auch noch mit dabei und ich vielleicht ersetze ich den ich tue das hier mal weg und nehme am ende vielleicht mal den e moll das e g und b so die akkord folge besteht quasi dann aus der zusätzlichen variation und jetzt ist es vor allem wichtig dass wir die töne noch ein bisschen färben alles was wir nicht mehr brauchen lösche ich erst mal weg dazu nehme ich hier noch die grund töne und verdoppelt sie auch einmal in die tiefe alles klar und dann gehen wir zur zweiten da machen wir dasselbe das wäre hier schon mal ein anfängliches gerüst jetzt können wir anfangen dazu noch eine melodie obendrauf zu legen bevor ich jetzt hier anfange töne zu setzen gebe ich euch den tipp sucht euch aus amol drei bis vier töne aus und versucht mal selber auf dem loop drauf zu improvisieren ihr habt damit auch nochmal die möglichkeit euren eigenen sound zu finden und vor allem macht es auch viel mehr spaß beim produzieren ich habe hier mein keyboard das ist jetzt eine möglichkeit hier in der melodie schnell raus zu finden ansonsten was ihr auch machen könnt ist natürlich wie hier die töne von amol nehmen und daraus könnt ihr euch auch eine schnelle melodie zusammenbastelt jetzt in diesem beispiel sehen wir wir haben schnelle akkordsprünge da lohnt es sich meiner meinung nach genau dann die melodie zu spielen wenn die akkorde nicht da sind keep it simple vor allem in der elektronischen musik schau lieber wie du deine wie die gesamtkomposition einzigartig wird anstatt sich jetzt wirklich auf eine sache zu fokussieren weil letztendlich lebt ein track davon dass alle komponenten miteinander harmonieren anstatt nur wie eine komponente die besonders krass heraussticht und der rest dann nicht so wirklich in diesem sinne hoffe ich dass ihr was mitnehmen könnt ich weiß es ist ein sehr sehr großes und umfangreiches thema falls ihr fragen habt schreibt es bitte gerne und die in die kommentare lasst einen daumen hoch wenn euch das video gefallen hat viel spaß beim lernen und bis zum nächsten mal liebe sein community bis bald bis zum nächsten mal